ARD Text im Auftrag von Funk Die Kinder-Liegel-Packung, eine Original-Verpackung Ey, ist ja Wahnsinn In der Rügel, Alter, dort Ja, und die Babys scheißen neuerdings so was Ach, für Streiche mit Verpacken, Alter Hier, Alter, hier neben dem Schliff, Mann, hier, Mann Hau es dir rein, Alter, hau es dir rein Komm, geh mal Wir müssen uns noch mit unseren Freunden helfen, Alter Gehen wir mal Penang Weens Am drin Amit Minimum Ok 心 ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Ey, Jungs! Was geht, Alter? Scheiße, Mann! Jungs, habt ihr Hunger, Mann? Ja, Mann! Du wartest weiter! Ladies & Gentlemen, hier ist Hans Müller Da vorne hinter mir, links von mir sind die crazy Gesichter Wir werden JT-reportieren, das sind keine Menschen, das sind nur crazy Gesichter Feuten sie mir Da sehen sie sie, da sehen sie die crazy Gesichter Das sind keine Menschen, die tanzen ohne Grund, die fressen alles, sogar Ameisenscheiße Da sehen sie die crazy Gesichter Sinnlos! Guten Tag, der Herr! Das Fernsehteam hier! Dürfen wir ein Interview von Ihnen haben? Neeeee! Hallo, das Fernsehteam hier! Geht's Ihnen nicht gut? Wie ist das Drehen von crazy Gesichtern? Wie ist das Drehen von crazy Gesichtern? Wie ist es da mit Ihnen zu drehen? Hallo, seid ihr auch von den crazy Gesichtern? Ja, ja! Wir sind Verwandtschaft! Wir kommen eigentlich alle aus Kempten! Da sind alle so behindert wie wir! So alle so Ich hab keinen Bock mehr auf die Wichser! Vollidiot! Nur eine Frage würde ich dir noch stellen Jux! Darf ich euch noch mal fragen? Oh! What the fuck! Was ist hier? Keine, abim Abim Beleidiot! Dann Beleidiot! 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 Vielen Dank. Was wollt ihr von uns? Ja, warum tut ihr ohne Genehmigung bei mir im Parkfilme? Was suchst du hier? Äh, ist es nicht hier der Englisch-Kurs? Äh, nee. Oh, sorry. Mein Fehler. Sorry, sorry. Ich hab's ohne Drehgenehmigung bei uns im Parkfilme. Eins, Maul. Fick dein Herz jetzt, Alter, Mann. Nein, nein. Nein. Jus, was macht ihr? Was macht ihr da? Nein, nein. Nein, nein. Nein.